rentenkatastrophe ungeahnten ausmaßes bahnt sich an altersarmut für frauen wird steigen mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24 die wir hatten ja am 8 märz 2024 den weltfrauentag und selbstverständlich mache ich mir auch selbst persönlich gedanken über die zukunft unserer frauen auch in unserem lande und wenn ich dort alle informationen so sammle und bündel was ich dort höre und sehe und aber selber auch hier in der kanzlei oder in dem büro von rentenbescheid24 die täglich in den beratungen erlebe dann ergibt sich hier schon oftmals ein sehr sehr trauriges bild ich haben wir haben oft in der beratung frauen ganz klar die wollen irgendwann mal oder gehen dann auch in rente und legen uns ihre unterlagen vor und dann sehen wir einfach was da los war vor allen dingen die jenigen frauen die eine teil der erwerbsbiografie in der ddr hatten und ein teil der erwerbsbiografie dann praktisch in den sogenannten beitrittsgebieten also in den neuen bundesländern also neu sind ja unsere bundesländer gar nicht mehr im osten wir sind jetzt schon 30 jahre mit in der bundesrepublik deutschland also so neu sind wir also nicht mehr ja meine damen und herren fürchterlicher begriff im rentenrecht finde ich einfach nur übel aber das ist eine andere sache also meine damen und herren und was sehe ich da in den rentenverläufen und in dem bescheiden gebrochene erwerbsbiografien viele frauen waren nach der wende arbeitslos die gehen jetzt in rente teilzeit jobs kindererziehung scheidung versorgungsausgleich oftmals haben frauen aus der ehemaligen ddr oder nach der wende bei einer scheidung sogar noch rentenpunkte an ihren männern abgeben müssen also wenn sie nach der wende sich haben scheiden lassen in der ehemaligen ddr gab es kein versorgungsausgleich wie nach bundesdeutschen recht aber meine damen und herren das ist praktisch oder das ist sozusagen eigentlich der grund dafür warum ich auch dieses video drehe wenn ich sehe was frauen an rentenrechtlichen ansprüchen gegenüber männern haben kann ich einfach nur sagen das ist völlig unakzeptabel ja dass frauen schlechter renten bekommen haben oftmals viel viel mehr gearbeitet haben auch die familien zusammengehalten haben sich für die pflege ihre eltern eingesetzt haben sie vielleicht auch für die pflege der schwiegereltern eingesetzt und 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 bekommen dann so eine lächerlichen renten zum teil ausgezahlt im schnitt 900 euro oder was ich da gelesen habe das völliger irrsinn wenn man den statistiken überhaupt glauben kann einzelfall ist natürlich auch so dass wir renten haben von frauen die über 2000 euro liegen das ist auch toll ja die haben dann keine gebrochenen erwerbsbiografien die konnten durcharbeiten selbst mit kindererziehung wo ich dann auch immer sage hut ab meine damen und herren aber im kern ist es so und das ist bestätigt auch nach den neuesten zahlen werden wir in deutschland für die zukunft eine eine massiven anstieg an altersarmut bei frauen erleben und das ist aus meiner sicht nicht akzeptabel das ist inakzeptabel und das muss man letzten endes auch beenden es muss einhelliger politischer konsens sein dass man dass wir in deutschland gleiche renten haben dass wir ähnlich gleiche löhne haben dass frauen also sozusagen nicht 20 prozent weniger verdienen als zum beispiel männer das kann einfach nicht wahr sein und meine damen und herren gerade an die ftp gerichtet hören sie bitte mit dem märchen auf dass jeder von uns in deutschland sich privat altersvorsorge kann und hören sie vor allen dingen mit dem märchen auf dass jeder in deutschland 25 oder 50 euro monatlich in etfs anlegen kann ich kenne genügend leute die das nicht können die jeden cent umdrehen müssen gerade frauen mit kindern die geschieden sind die haben nämlich auf deutsch gesagt ich sage es ihnen so wie es ist ja sie wissen dass die sogenannte a karte gezogen und das ist nämlich das ganz große problem und davor sollten sie bitte mal nicht die augen verschließen ich weiß nicht welche in welchem land sie leben oder in welcher vorstellung sie zum teil leben auch wenn ich das gehört habe was da eine dame balance gesagt hat von der ftp da habe ich sozusagen nur die nackenhaare bei mir hochgehen hören oder fühlen also meine damen und herren schlimme situation was können wir verändern erstens teilzeitarbeit muss für frauen also es muss der übergang von teilzeitarbeit in vollzeitarbeit verbessert werden zweitens wir müssen bessere bildungschancen haben ja das heißt also für unsere jüngere generation männer ein weiblein spielt keine rolle wir brauchen einheitliches gesetzliches bildungssystem wir müssen milliarden an euro in die bildung reinstecken das ist wichtig meine damen und herren denn nur mit bildung können haben wir die chance mit einer guten ausbildung mit einer guten schulausbildung mit einer guten berufsausbildung mit einer guten hochschulausbildung haben wir die chance dann deutlich mehr kohle zu bekommen und damit dann auch mehr in die rentenkasse einzuzahlen und was man natürlich auch alle brauchen in deutschland ist eine einheitliche gesetzliche erwerbstätigen versicherung ich bin da so wie gregor gysi dass der hat mal gesagt 2015 ja so ganz charmant ist doch eigentlich ganz einfach alle beamten und politiker einzahlen und schon haben wir das problem mit der altersarmut nicht recht so lieber hg sie recht so und deshalb wäre eine solche erwerbstätigen versicherung selbstverständlich auch für unsere frauen gut näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de oder auf unserem kanal eine gerechte rente für alle generationen auf youtube ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel